Werden tun wir, die Pilzau, Frühling 2020. Wie kann man da prestieren, mit diesen bösen Tieren, die die ganze Welt pandemieren. Da kannst du ja nicht mehr normal regieren, da musst du reagieren. Über alle Medien propagieren. Lockdown, Lockdown, die Schulen zu, Grenzen verbarrikadieren. Stay at home, stay at home, komm fester feiern. Alte nicht berühren, die muss man besonders protegieren. Geh noch mit dem Morgen einen Mann karisieren. Geh noch am Rhein raussi spazieren, das Posten delegieren. Auf Abstand muss man insistieren. Mehr kann der Tod nicht akzeptieren. Er soll den Krieg verlieren. Dem wollen wir unter dem Arsch Hohes führen. Wir schmieren damit Milliarden. In den Spitälern nicht operieren. In den Unis nicht studieren. Nicht in der ganzen Welt umfagabundieren. So kann ich das tödliche Tier nicht infizieren. Wie kann ich es der Himmel an so einen wunderbaren Frühling präsentieren und es gleichzeitig in eine grosse Katastrophe führen? Sollte man recht akzeptieren, dass wir nicht an so einem pressieren und uns aufs Machen konzentrieren? Wir könnten die Filme musizieren, tanzen, singen, malen, dichten, psalmodieren, durchschnaufen, chillen, pausieren. Also könnten wir vom Tod zum Leber mutieren.